hallo und willkommen zurück bei einer neuen folge von range brigade wir sind mit dem aufzug fahren jetzt sind wir hier rauskommen das war ein teleporter würden die ein ringtransporter werden die bei stargate haben na gut der ist aber groß und kaputt alt das ist ein ein hund steinwächter eier hier ist heilung ist es sicher dass es blau ist das macht keinen schaden hinter dir hinter der hinter der hast du es mir müsste zuständig ich weiß ja nicht was wir machen müssen erst mal die energie oder oder ich bin ja fast hin oia ja 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 was Sieg handel recuper ich weiß nicht was wie man den darauf dringend rutscht auf zeiten allem wenn jetzt dort kannst du mir aus der kiste holen so ich warte ja klopf klopf ich gehe mal hinter ihnen mal gucken ob das geht ach so meine heilung ist ja immer noch nicht am herzen vorne hat er was auf der brust oder macht mich wieder was das bringt halt gar nichts wenn man da drauf schießt irgendwie sein herz da ich glaube ich bin dort noch nicht wenn man bei mir ist heilung vorst du brauchst ich warte jetzt erstmal was soll denn das wenn nicht wenn nicht musst du mich halt nochmal wiederbeleben dann so aber es macht echt keinen schaden selbst auf seinem komischen herz da nicht ah jetzt macht's jetzt nehme ich doch mal die heilung jetzt ist er weg naja oben feinde oh der ist wieder da das war er was ist jetzt das ist voller säure jetzt gehen wir die jetzt gehen wir die ja die halten den ring mehr aus nur auf den kopf gehen jetzt ist er wieder herunten aua 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 bin ich fast wieder hin mir hat es nichts ausgemacht weil ich war gerade bei Munition hochnehmen naja ist super dann habe ich auch mal kurz ich hänge hier helfen mir die lassen mich mehr draus so jetzt ist er wieder links oben ich bin auch schon wieder fast tot ja tot wo bist du ich sehe das ja nicht danke hier ist heilung der ist wieder da ich gehe mal wenn zu ihm boah die schwein aber du ah geil ich bin die Munition holen äh so hinter dir ist was ich ja ja ich weiß ah der ist schon wieder fast tot dem fällt doch nicht mehr viel wir haben wir schießen ja nicht auf ihren jetzt ist er weg die tante die vierte gardien nun mit dem ersten im mir es es her und du 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 hast du das gesehen die ganzen blauen dinger sind in der luft so das war das wort zum sonntag anscheinend und der bosskampf und wie es jetzt in der nächsten mission weitergeht seht ihr dann bis dahin wieder schon reingehauen